Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Entschroudet mit mir den Kabin. Äh, Quest ist markiert, Rucksack ist leer gemacht. Wir können los. Äh, ich, ich, und... Ha! Diesmal funktioniert. So, äh, kleine Erfolge muss man sofort feiern. So, dann haben wir das auch. Also, mein Ziel ist ja... Wenden Sie mal... Ist da oben. Dann kann ich das auch gleich. Dann haben wir den Obelisten nämlich auch gleich mit abgefrühstückt. Jetzt, glaube ich, mich auch noch eine Quest. Das heißt, ich teleportiere mich erstmal da hoch. Dann wäre mal ein kleines Snack in mir, äh, äh... Äh, schon zu spät. Vielleicht hätte ich denn doch noch, äh... Das gewisse etwas hier Beleuchtung, äh, produzieren können. Muss ich den nächsten dran denken. Äh, das nächste Mal. So, ich muss jetzt da lang. Muss da lang, wa? Was ist da nach Hause? Dann nehmen wir mal da lang. Ich meine, ich fliehe da lang. Lauf doch nicht. Hallo? Wat gleiten geht, bit gleiten wa. So, ist dit da, oder ist dit wo? Wenn die Punkte sehr, sehr dicht nebeneinander liegen. Aber, ne, dit sind ja noch 700 Meter. Ja. Wir sind aber richtig hier. Vollkommen richtig. Und ik hab nix gegessen, ne? Das ist ja mal richtig geil. Mit haben wir jetzt? Ne, Mietze Katze, lass dit mal bitte sein. Ich hab eben gesagt, du sollst jetzt sein lassen. Ist doch wohl... Jetzt sind das schon zwei oder drei sind das eigentlich. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. So, du jetzt... Ui, ja, ja. Ne, nimm doch mal die Katze hier vorne. Die Mietze Katze, die wildet doch. Ey, so ein Glück kannst du noch ja nicht haben. Und ik hab schon mal wieder kehn, äh, Dings gemacht. Lebenspakete. Wir warten dit. Völlig überbewertet. So, die Mietze Katze ist verschwunden. Dann nehm ich mal deinen Bruder mit. Alter, wie dit... Ich wollt grad sagen, wie dit taucht noch ne andere Mietze Katze auf. Ah. Schukarohr. So, jetzt kann ich mich wieder auf das Normale konzentrieren. Ah, ich muss ja wieder hier durch. Also, Holz. Ui, ui, ui. Ach so, und ik muss dran denken, wenn ik irgendwo Salz seh, dass ik dit mit nehm. Dann brauch ik ja für dit neue Leder. Da ik mir den größeren Rucksack machen kan, weil die den, den... Ja, den würd ik gerne haben wollen, äh, wäre schön, wenn ik den hätte. So, wo ist denn... Wollen sie mal, wo ist denn der Bomben? Wacht, da oben ist er. Ich habe dich hier sehen. Das Einzige, was ich nicht hier sehen hab, ik hab keine Pfeile mit bei. Wie doof ist denn dit da? Warum haik denn keine Pfeile mit bei? Ik hab mein Inventar aufgeräumt. Ich hab dich erklärt so viel dit. Ja, 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 ja. Ich hab mich gerade erst ja heilt. Alter, Knallfrosch du. Nee, nee. Okay, nee, Freundchen. So nicht. Ja, sag mal. Ach so. Ach. Hab ik jetzt gerade nich hier sehen. Oh! Dit is ja... Dit is ja... Ja, wat is denn dit? Besser. Ja. Dreh, schick. Naja, schick würde ich jetzt nicht sagen, aber ist schon irgendwas. Ist zwar nur Standard, aber... Naja, gut. Warte, nee, ist es eben halt nicht, ne? Also, wer nichts hat, sollte nicht mit der Tür klappern. Und außerdem, ich brauche mir andere Rüstung. Soll ich es mal? Warte mal, ich teste mal. Ja? Das sieht schon besser aus. Oder er hat mich einfach bloß scheiße getroffen. Hup! Nein! Scheint wohl doch ein bisschen besser zu sein, aber muss ich nicht nochmal ausprobieren. Ihn mal reicht. Ema reicht aus. Lasst es uns ausreichen. Äh. Das war eben doof. Und das war knapp. Hihihi. So, findet ihr den Obelisken? Nein, ich will den Obelisken noch nicht haben, aber der ist ja in der Nähe. So, warte mal. Hier darf ich ja noch nie durch. Dit is ja noch... Too much. Ja, dit is noch too much. Aber da gibt es ja einen Weg außen rum. Und zwar geht der da. Der geht da. Da geht er. Da geht er, da steht er. Das klauste ist Peter. What? Ja, ist doch gut. So, und ich muss jetzt... Nee, oder? Nee, das kann nicht sein. Äh. Nee, das geht ja ja nicht. Ach, der ist da hinten wahrscheinlich. Aber ich bin mal gekommen, was da oben drauf ist. Aber schau weg, nee. Ich kann das einfach nicht. Skorpi, Skorpi, er ist unser Mann. Und außerdem brauche ich euch. Nee, nee, du giftest mich nicht. Das ist voll giftig, bist du. So. Aber ich muss euch mitkühlen dann. Weil Schettin brauche ich. Also, Hansa. Dann gleich begrüße die. Damals dit auch, äh... Ja, ist auch. Dat solltet ich auch meiden. Dann lasst dit uns mal ne Runde meiden. Wenn wir schon dabei sind, so ne Sachen zu meiden, dann solltet wir dat auch tun, ne? So, wat is denn dit? Dit is Eisen, ne? Oder? Dit is Sand. Dit is kein Sand, aber... Wat is denn dit? Ik sag jetzt nicht, wat ik gelesen haf. Es wäre wat zum Essen gewesen. Das ist aber nicht dit, wat ik jetzt da brauche. Und warum sammik dat dit jetzt da? Keine Ahnung. Weiks einfach mal haben, Leute. So. 200 Meter. Also auf jeden Fall ist dat hier in dem Dorf. Wo die ganzen grünen Kacker und so rumlofen. Oder generell die Loots. Das heißt, ik muss eh den O-Rof lassen. Na gut. Wenigstens hab ik dat schon mal markiert. Ich brauch den ganzen Weg nicht nochmal loben. Und das muss ik hier hinten. Ach, da hinten bestimmt war in den... In the Tower da, da, da drüben. Seh da? Hui! Warte mal. Achso. Ja, ist ja Standard. Dit is ja mal Standard. Gut, also. Wenn uns eh nur auf den Sack geht. Ausweichen, töten, ausweichen, töten. Unsere Unterstützung ist auch schon mal da. Aua! Genau. Immer zu zweit. Dankeschön. Warum plünder ik dat jetzt? Ik wees het nich. Ik erwarte mir Jukenstuff. Wie dumm. So, äh. Wir sind jetzt da, wo wir hin sollen. Ey, kannst du mal? Ja, danke. Ey, warum? Ik wollt jetzt grad sagen, warum kann ik me nie bewegen? Die Maus is angeschlossen. Und da hat's Bums gemacht. Ich soll auf jeden Fall hier lang. Ah, jetzt ja. Ich muss das jetzt die ganze Zeit so machen, weil, wie gesagt, der Kabin hat daran gedacht, die ganzen Bögen mitzunehmen. Nehme ich gar nicht. Also, Bögen schon, aber keine Muni. Keh Muni hier on. Ich kann nur hoffen, dass ich hier wenigstens ein oder zwei Pfeile bekomme. Wart, wer? Kannten ja, danke. Danke, dass du mich nochmal aufsammeln lassen hast. Tschakka? Ja, los, lass uns tschakka. Oh, der sieht aber auch nicht so aus, als ob er Spaß versteht. Aber bringt ja nichts. So. Alles erstmal einsam. Wir waren das Ding. Irgendwann ist mir gerade an der Hand rumgekrabbelt. Bitte nicht nochmal. So, jetzt zieht dich hier runter. Und hier ist aber schon alles kacke. Genau. Mein Dick. Alles kacke. Mein Unterstützer, der ist nicht mehr unterstützen. Der ist nämlich nicht da. Der unterstützt mich schon. Der macht jetzt... Weintet ihn. Irschweiß, kreisch. Ja, genau. Mach mal den Platz. Oder sollte ich mich... Ich hab doch gerade gesagt, da sollte ich mich... Aber ich muss da unten rinnen. Also irgendwas sagt mir, dass ich da unten rinnen muss. Aber ich... Sollte nicht da unten sein, also... Gibt es ihm hier sehen. Schaps hier sehen. Ein Flämmchen. Nichts zum Looten. Das ist aber doof. Das heißt, ich kann hier ja nicht weitermachen. Wenn ich da ja nie unten rinnen darf, dann darf ich ja nie da rinnen. Was machen wir denn da? Dann brauche ich hier ja nie weiter probieren, wa? Also, solange ich da nicht... Siehst du, so... Ist das erst mal für uns... Tabu! Na, das ist ja mal doof. Hallo? Wollte ich mal sagen. Soll ich den einsammeln? Also, lass mir den einsammeln. Boah, die wurden alle verschüttet, wa? Lohnt es sich, wenn ich die jetzt da frei mache? So. Dann finden wir gleich... Äh, gut. So viel dazu. Gut, dann würde ich mal sagen... Dit ist erstmal ein Satz gewesen mit X. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Dit ist nämlich für uns erstmal noch nichts. Sollange ich da nie rinnen kann, kann ich da nie rinnen. Gut, was ist das nächste Ziel? Dit war dit, der Obelisk. So, warte mal. Dich. Also, du bist ja jetzt demarkiert. Jetzt muss ich da. Gut, dann machen wir erstmal dit. Der Stab, der ist ja schon wieder fast dritte. Aber ich hab die doch repariert. Das ging immer schnell. So, dann wählen wir uns mal kurz hier durch. Ich versuche uns zu manifrieren. Ach, du bist runtergefallen. Das war dein Fehler. Das war mein Fehler. Ich frage mich jetzt, ob da O-Watt für uns drin ist. Was? Ich hab den doch tot gemacht. Spiel. Er ist schon lange nicht mehr. Oh, da ist ja noch einer. Aha. Aber ich bräuchte mal ganz dringend hier einen Repair-Tisch. Open das Door. Ich bin schon mal abwegig, wa? Ich geh nach unten. In dunkeln ist Jutmunkin. Ich hatte ja gesagt, ja, wie jut es wäre, jetzt so ein Zeug mit bei mir zu haben. Aber hab ich ja nicht. Alter, Stadt duscht da. Ich geh noch runter. Noch weiter runter. Oh, hier ist es aber Villa hell. Der hell ist schwul. Er kriegt einen Bogen. Jetzt muss ich erstmal wieder hier hoch finden. Lass uns mal hier durchblitzen, wa? Denk man gleich machen sollen. Der beleuchtet die Sache ungemein. Oh, helligkeit. Wie schön, dich zu spüren in meinem Gesicht. Du bist erhellend. Sag ich, geh mal so. Oh, da ist irgendwas helle drin. Und vielleicht so, ja, eine Penstätte. Oh, Tatsache. Ach, ist ja kaputt. Ich hab gedacht, ich kann hier schlafen. Aber ist ja immer noch möglich. Hier sind ja auch noch Wände. Halt. Versteht auch nicht, dass ich hier nicht rinnen kann. Und gleichzeitig aber... Ups. Ich schützen kann. Entschuldigung. Ich muss kaputt machen, um Sachen zu sehen. Wird hier wirklich ein Bett sein. Hier da drüben vielleicht? Geh mal kurz hier runter. Jetzt muss er hier irgendwo im Bett liegen. Tja, ich würd mal sagen... Wer sind denn die Fehler? Ich seh den ja nicht. Die Betten sind alle kaputt. Ein Dietrich. Naja, wird ja kein Grüner sein, oder? Und wenn ich denke... Wenn, dann kann ich ja auch wieder schnell die hoch. Wie ist das denn nun? Oben, gut. Autsch, du Dreck, ja, du. Da komm ich ja so nicht hoch. Nee, das... Aber so komm ich hoch. Aha. Ja, kein Problem. Wo bin ich denn jetzt? Da. Ey, ich brauch ernst dringend ne Penne. Ich muss nicht komfortabel sein. Äh, ja. Schön, dass das beleuchtet ist, aber... Da bringt mir jetzt erstmal gar nichts. Kann doch nicht sein, dass hier nicht irgendwo... Ne, äh, Möglichkeit ist zum Schlafen hier. Oder ich seh sie einfach nicht. Weil der nicht gelogen ist. Warte mal, da ist ein Übergang. Und da ist ein Geist. Ein Skelett. Ein Skelett, die... Den hab ich nicht gelootet? Warum denn nicht? Ist jetzt hier Asen angesagt, oder wat? Kabin. So, wat haben wir hier? Äh, komm mal hier. Nee, 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 nee. Ich versuch nicht so schnell wie möglich fahrt zu machen. Warum muss ich mit der Arbeit? Oh, das ist gut. Aber immer noch, ich würde gerne lieber Rini inwendet. Ja, Helllicht ist. Das wird ja mal besser. Also, jetzt für meine Verhältnisse. Äh, ich kann da mal vorher kicken sollen. 59, 59. Oh, ja. Das sieht schon wirklich böse aus. Ich bin ein böser Mensch. Also hier. So, jetzt muss ich erstmal kicken. Da ist noch wat' schönet, vielleicht. Oh, ja. Ein Dude. Und nochmal. Ein Zauberstab. Ein wenig stärker wäre cool. Nein, ich krieg hier so'n Bogen. Aber gut. Nimm ich jetzt erstmal. Ich hab ja nicht die große Wahl. Hier ist ja nix mehr. Ich hoffe. Innenständig. Dass dit mir ne Lehre sein wird. Oh, reparieren. Alter, ich stand davor und hab's nicht gesehen. Tolle Ding. So. Hallo. Hallo. Bleib mal hier stehen. Ja, du, ich bin ja deswegen hier. Das war immer noch kacke, aber... Ich hab schon mehr Schaden eingesteckt. Hallo, hallo. So, hin, bitte. So, jetzt erstmal runter mit dir. Jetzt ist der Schisch. Keep up. Oh, ich hab Eisenpfeile gekriegt. Hm, hm, hm. Was soll hier passieren? Ich muss ja unbedingt fragen. Ah, Tomate? Halt mal, du magst. Ich mag den Rückzug. Weil der ist nur angetarnt, dass ich dich plätten kann. So. Jetzt hier hoch. Ah, ich hab so das Gefühl, da sollte ich am besten Fallen nicht runterfallen. Das wäre wahrscheinlich... mein Tod. So wie seiner. Aber ist ja sein Tod. Kann mir jetzt erstmal eher sein. So, äh... Ah, da ist doch nicht ne Kiste. Ne, ist ne Kiste. Oh, da ist auch noch ne Kiste. Oh, ich lobe... Mich an so ne Sachen erinnern zu können. Dass ich da schon mal runter bin und, äh, das bereut hab. Mal gucken, ob das heute wieder so ne Bereuung ist. Ich hoffe es nicht. Gut, hier ist das schon mal nicht. Aber jetzt hab ich sie gesehen. Jetzt will ich sie aber haben. Aber ich würde jetzt auch ne Möglichkeit nehmen zum Schlafen. So, dass wir denn... Vielleicht müssen wir sie mehr hier sehen. Außer hier diese Schwarzsichtigkeit. Die ich hier sehe. Brechen sie... Der wollte gerade... Will er nicht abbrechen? Wir sehen halt keinen Abbrecher. Ein Littrich. Da könnte geiler Scheiß drin sein. Und der tut. Oh, ne Kiste. Ne Kiste. Und nen Stab. Aber den hab ich ja schon. Ähm... Die Globovergleichen bringt da nichts, wa? Ist ja genau derselbe. 44. Vielleicht auch nicht. Der ist Stufe 24. War das denn der? 21. Warum ist denn der stärker als der? Weil der ist so viel level. Der aber nicht. Ich sollte den erstmal behalten. So, warte mal. Den... Machen wir clean. Den hängen wir da unten drin. Der ist nämlich stärker als der hier. Und... Ich find's immer noch kacke, dass ich die Rüstung nie auseinandernehmen kann. Wie gesagt. Das würde uns Material und Zeug heben. Das ist... Das ist gemein. Dass uns das verwehren. Pro Verwoah. Entschuldigung. Ich muss ja so oder so da lang. Ah, kicken Sie mal an, wer da ist. Ich bin in eine falsche Richtung, wa? Was sieht denn aus? Ich muss da lang. Ich muss da rüber. Aber da kann ich doch ja nicht rüber. Da bin ich doch tot. Ein Toter bin ich da. Gut, warte mal. Bin ich da vielleicht da rüber? Nee, das geht auch nicht. Ich soll ja bestimmt zu den Turmen dahin, wa? Oder in der Nähe. Ähm, wie mach ich denn das jetzt? Ja, wie machen wir denn das jetzt? Ich müsste ja mindestens hierhin zurück. Und irgendwie hinten rum. Versuchen irgendwie da... da ranzukommen. Ich wollte jetzt gerade noch mal schwingen machen. Aber der hat sich nicht schwingen lassen. Der ist total anti-schwingend gewesen. Das war knapp. Ähm, aber ich lasse die Kiste da hinten Kiste sein, also. So krass will ich die Kiste nun auch nicht, also. Man muss auch manchmal Kiste Kiste sein lassen. Oh, Alter. Bei so einer Sachen soll ich vorsichtig sein. Man muss es nicht immer ausreizen. Ah, du siehst auch nichts. Mann, das ist aber auch wieder dunkel hier. Immer diese Nächte. Komm mir immer eine quere, die blöden Nächte, die... Ah, dann kann ich nochmal reparieren. Die Nächte... Äh, die Nächte machen mir alle zunichte. So rum, wollte ich gerade sagen. Naja, gut. Warte mal, ich muss mal kurz hier oben gucken. Komm ich hier irgendwie... Nee, da komm ich doch ja nie rum. Das soll ja kein rumkommen. Äh. Kann ich hier irgendwie... Es wäre für eine bessere, wenn ich da sehen würde, ist doch kerkistet. Alle total undurchsichtig. Wo mein ich, wie man da lang... Überstände, äh, über... Und hier ist, äh... Hier ist schon mal wohnen, das ist schon mal gut. Aber hier geht doch wieder zurück. Ich geh doch hier wieder zurück. Nee, oder? Entschuldigung. Habe ich nicht zufällig eine Fackel mit bei? Bin doch der Mensch für Zufälle. Natürlich nicht. Das bringt mir jetzt auch nichts. Aber ich bin hier richtig. Oh, oh, der Ferteller, der Ferteller, Leute! Wir werden gleich wieder ein Licht schwelgen. Diese Sicht, schaut's euch an. Höh! Au ab, du! Du, du, du. Ich bin diesmal stärker als vorher. Ja? So nicht, Freundchen. Ab heute kann ich mich auch verteidigen. Ey, das ist ein Glück, ich kann mich verteidigen. Doch mit hat er selbst nie gerechnet. Na, sind wir schon mal zu spät. Haha! Tret' erst mal gegen die Kiste. Oh, neue Zauberei! De Meteor! So, ich bin aber hier richtig. Jetzt zeig ich mir der Pfeil an. Achten, scheißen Dreck. Geht man da drüben oder so rüber? Ja, doch, das geht. Da liegen ja ein Bein frei. Alter, und ich durf da hinten lang. So, hier ist überall Schwafel. Was war's, wo? Ich räuche und ich zucke zusammen, oder wat? Bei ihr sagt, die Drachen, die können nix mehr. Oh, da ist auch nochmal so ein... Dungeon of Doom. Ah, nee, du Skorp... Ja, du blöder Skorpi. Ja, ist doch gut. So, siehst du, das hast du davon. Ich bin verhiftet und du musstest sterben. Ja, eine Markierung. So, ich muss jetzt da... Musik und da muss ich so... Musik. Das ist... Ich hab jetzt eigentlich damit rechnet, dass hier irgendwas hochgepässt kommt. Da oben! Da muss ich hin! Ja, haben die wat am Wandern, oder wat? Wieso machst du da auch schon alleine genug? Wandern. Äh, gut, warte mal. Ich muss da. Ich muss ja da. Ich muss ja da den Weg und dann muss ich da hoch. Ja, siehst du, ich hab voll den Durchblick. Folgen sie mir! Wir kommen genau da hin, wo ich hin muss. Es ist alles nur so ein bisschen verzögert. Alles mit dir los. Ich sehe, der Berg hat es dir angetan. Du bist total bergdruck. Nee, 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 nee. Ich kann da auch... Ja, du kannst auch aber sterben. Siehst du, da hast du davon. Das hast du davon. Du, du, ich, du. Was, kann ich hier durch? Nee, kannst du nicht. Lass das mal bitte sein. Hab ich jetzt gerade eingesehen, sollte ich sein lassen. Ey, jetzt sag nicht, das ist hoch so... Nee, muss ja nach oben. Stimmt ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass das so ein Ding ist, was ich gerne machen kann. Ich kriege ja heute nur Sachen vor, die ich nicht machen kann. Wie ist das denn? Ich wollte jetzt gerade sagen, was ist das für eine Statue? So, ähm... Wie gesagt, das muss nach oben. Aber das komme ich doch so ja nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn hier, was ich jetzt hier mache. Ja, sagt, ich soll da hin, aber ich kann doch ja nicht da hin, du spiel, du. Ich glaube, ich muss noch ein paar Wurzeln machen oder so. Ich bin noch nicht stark genug. Aber ich muss ja nicht stark genug sein. Ich muss einfach bloß mich hier hochbauen. Die Kraft liegt im Bauen. Das ist ja echt da bauend. Oder ich gehe einfach mal von der Seite. Vielleicht ist ein anderer Weg auf der anderen Seite. Daran habe ich gestern gedacht. Hätte ich mir denken können. La, 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 la. Oh, kicken Sie mal hier. Aber wenn ich da runtergehe, das ist bestimmt eine Wurzel oder sowas. Äh, dann... kann ich da nichts machen, weil... Are you dead? Oh, kicken wir mal da. Achso, da oben. Hä, wo ist denn der jetzt? So, was bist denn du? Bist du... Nee, du bist, äh... Nicht das, was ich meinte. Nicht das, was ich im Kopf habe. Ach, das... Das sieht anders aus, aber es ist genau das selber. Nein, ich verstehe das nicht. So, kann ich hier runter? Ja, können und müssen. Musste nicht, aber kannst du. Äh, ja. Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Vorsichtig. Was ist denn das? Mein Inventar ist voll. Wer hätte es gedacht? Warte mal, das brauche ich nicht. Das lösche ich jetzt hoch. Äh, das brauche ich hoch jetzt nicht. Äh, den Sand nehme ich nicht mit. Nee, das bleibt mal da, wo das... Nee, nee, warte mal. Äh, abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Knochen brauche ich hoch nicht. So, dann kann ich mich die Glühma mitnehmen. Schon mal hier bin. Ja, ich hab da was hier sehen. Sah aus wie La Rata. Und das ist doch nicht umsonst. Da ist doch bestimmt was versteckt. Siehst du? Meistens, wenn was zu uffällig ist, ist es auch zu uffällig. Naja. Haben und brauchen, ne? Wie es zwar nicht für Wattetüde ist, ich werde es nie brauchen, aber ich hab's erst mal hier genommen. So, Plümschen, Plümschen, Plümschen. Und Plümschen. Kann ich ja wieder zu Hause kultivieren. Hallo? Ist'n da wer? Oh, das wurde im Tell. Warum wurde da hin? Das schimmert hier durch. Das dürfte so ja nicht sein. Das ist ein Trugschluss. Und zwar ein trügerischer. Ey, Rade. Ne, sind keine Ratten, sind Käfer. Käfase. Ey, Käfase, bleib mal hier. Wommer mal. Oh, da ist ein Loch in der Wand. Dieses Loch. Es wird uns nach draußen führen. Da ist... Mutschen ist exploriert. Mutschen hat uns fast tot gemacht. Das ist aber eine blöde Mutschen. Ich mag die nicht. Die ist doof. Da ist ganz vorsichtig sein. Vormutschen. Jetzt bin ich ja schwöller hier. Ne, ist ein anderer Raum, wa? Oh, ist ein anderer Raum. Ich komm hier raus. Was auch gleich dumm tot. Schön, dass ich nicht da bin, wo ich hin wollte, aber... mein Inventar schon wieder gefüllt wird. Naja, hier war... Den habe ich schon. Das sind diese Wüstenblumen. Eine Kiste. Ein Trang, aber nicht den, den ich habe... äh... Den ich haben wollte. Einen der Erleuchtung. Oh, was haben wir hier? Leder. Ein volles Inventar. So, was ist bei hier? Was war denn das? Hat er gerade die Sonne angemacht, oder was? Hey, du Sonne. Wo geht das ja runter? Den habe ich nicht kommen sehen. Dreht er ans Licht. Da lässt er sich besser töten. Das sind ja so viele. Komm zurück. Was? Ey, ey, ey. Was hat er denn gerade gesungen? Naja, die Wand hat sich nicht verteidigt. Deswegen hat er sich die Wand genommen. So. Hä? Ja, wie gesagt. Jetzt wäre er ganz gut, wenn man was sehen würde, aber... Ja, gut. Du kannst nicht blöd an deinen Inventar holen. Mann, geh mir doch nicht auf den Puff. Das weiß ich doch selber, Mensch. Da brauche ich jetzt auch nicht. Und wenn denn, man kann ich mir das selber heranholen. Habt ihr gedacht, ich sage jetzt das andere, oder was? So, gut. Also, dann würde ich mal sagen... Ach so, Fossil. Du altes Fossil, du. Hier siehst du wieder nichts. Ich hab gedacht, ich hab da was gesehen. Ich denke, du hast nichts gesehen. Ich hab's ja auch nur vermutet. Ja, gut. Warum kann ich das nicht mitnehmen und dann als Lichtquelle nutzen? So, jetzt ist das natürlich das Problem. Jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden. Und ihr kennt ja... Ach da. Ich würde jetzt gerade sagen, mein Orientierungssinn. Sehr mysteriös. So. Ach, hallo. Nazi? Ja. Das ist nicht mit mir anlegen sollen. So. Da. Kicken sie mal da. Da komm ich doch hoch. Das ist doch machbar. Ah, siehst du? Hatte ich nicht recht gehabt? Einfach mal von der anderen Seite nachschauen, ne? Also... Das ist noch nicht so ganz, aber das sieht doch schon mal... Ups. Besser aus. Warten sie mal, ich bin gleich wieder da. So. Äh, muss ich schnell ran gehen. Äh, aber ist ein anderes Ding. Äh. Also rein theoretisch müsste ich da hochkommen. Hallo? Das sind zwei Zentimeter. Also Luftlinie. Weißt du? Man muss nur wollen. Wie jetzt in S-Meter hier halt auch mein Inventar voll ist. Hallo? Das ist ein Dauerzustand bei mir. Siehst du? Siehst du, siehst du, siehst du? Man muss nur wollen, wenn du willst, der nietet hoch. So, mein Freundchen. Dann komm mal rüber auf den Meter. Ich will die ein bisschen Feuer in den Arsch setzen. Hallo? Genau. Hinter dir, unter dir, links, rechts. Ey, sag mal, was ist denn mit dir? No, was ist denn da? Ah, jetzt. Jetzt willst du, oder wat? Er wollte jetzt so. So, wo, wat ist denn die? Wat ist denn hier? Nee, das ist nicht, wo ich hin. Wo muss ich? Ach, da muss doch die Musik. Orientierung. Ah, siehst du, das ist sehr weh. Das ist mein Weg. Das ist my way. Gut, ich sollte nicht rennen. Vielleicht braucht man Fluggünste und dann habe ich sie nicht. Und dann wisst ihr ja, dann fällt der Karwin wie ein Stein. Und dann muss ich den ganzen Weg nochmal zurücklofen. Naja, da habe ich keine Lust drauf. So, jetzt ist er draus. Ich folge einfach den Weg. Was sind die denn hier? Das sieht doch aus, als ob... Das muss ich mal... Da muss ich mal kurz wat... Probieren. Habe ich hier... Ich habe so ja... Warte mal. Sieben. Und... Mal so schnell wollte ich gerne runter. Nee, das ist bloß kaputt, wa? Das sieht nur kaputt aus. Jut, dann lasse ich das mal kaputt sein. Ich habe eigentlich gedacht, dass da vielleicht unten da wat versteckt ist. Was ist denn das für'n Kackweg? Dit ist dein Weg. Achso, deswegen ist die Brücke. Ach, ich verstehe. Da habe ich ein bisschen mehr drin interpretiert, als wirkliches... Na, sowas aber auch. Aber da seht ihr, wir kommen genau an unseren Ziel an. Es dauert nur ne Weile. Und bis jetzt... Ich lebe so ja noch. Krass, wa? Voll krass. So, aber wenn dit so'n Ding is... Dit is dit doch ja nie, oder? Mann, dit is doch schon will er woanders. Aber ik kann da auch rinnen. Da muss ik wahrscheinlich auch weiter rinnen. Ik muss nämlich hier vorne ran. Und wahrscheinlich muss ik von da vorne... Muss ik denn da ran. Muss ik denn, muss ik denn... Tee, tere, tete... Oh. Ein Trank. Ein Skorpi. Ich dachte, ik hab dich nie gesehen, oder wat? Genau so is it. Ik hab dich voll ignoriert. So, aber wat ik machen werde, is denn... Ik werd hier ook... Einen Stein oben hinsetzen. Alter, von hier oben musst du bauen. Weil ik bin zu faul, umso zu ziehen. Weil du kannst ja überall hinsehen. Ik hab's hier von... Gucke da. Dit war... Dit war der ganze... Äh, Kladderadatsch. So, jetzt setz ich mal den Stein hielen. Und dann teleportieren wir uns nach Hause, denn ich muss mich leer machen. Also, die ich auch da keine Kuhhaut hätte, oder nee? So, warten sie mal. Dit haben wir. Ähm, ey, den kann ich ja auch rübergleiten. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Äh, wie gesagt, sicherheitshalber, wir werden uns erst mal leer machen. Ich... Ich will dat nicht hier drauf ankommen lassen. Und ich mal da oben, da ist hoch. Oh. Und vor allen Dingen hinter uns. Da können wir morgen den Turm machen, oder so. Oder so. Dann sparen wir uns Willa 2 cm. Ik mag hier mit mir 2 cm sparen. Aber das mach ich jetzt ruhig erstmal runter. Den Staublauer. Weil dann kann ich nämlich Tränke herstellen. Und wir haben ja mitgekriegt, wie wichtig Tränke bei mir sind. Na, 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 meins, 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 meins. So. Ik trau mir jetzt ja nie irgendjemanden anzuquatschen. Aus folgendem Grund. Ik hab dann immer Willa neue Questen, oder so. Ik komm ja nie an dem Abarbeiten. Ik seid ja schlimm seid ihr. Hello there. Nee, du kriegst keine... Wohl. Für die Heilung? Aber ich kann mir wenigstens erstmal 4 bauen. Ik brauch Honig. Ik muss mir so ein Honigding bauen. Aber erstmal haben wir Zaubertränke. Ha! Geil. Also, Leute. Ik hoff, euch hat's gefallen. Äh, hat ein bisschen länger gedauert. Aber wir sind angekommen, da wo wir hin sollten. Und haben ne Schnickerrüstung dafür gekriegt. Wat willst du mehr? Also. Ik bin dann erstmal aus. Tschüss. Tschüss.